Also was gesagt hat, er führt 2 zu 1 und dann diese Fehlergabe 2 zu 2. Ich hoffe, die Fakhräute verbessern, nicht falls ich falsch zähle. Aktuell 3 zu 2, 3 zu 3. Das geht ganz schnell. Für die, die nicht so zu Hause sind, 11 Punkte geht ein Satz. Ah, 4 zu 3, Führung für den Befreund. Ah, und wieder der Ausgleich. Ich glaube, der Befreund ist ein bisschen nervös. Obwohl er eine große internationale Erfahrung hat, aber der Minister auch sagt, er hat sich der Hartmut Freund. 5 zu 4, Führung. Und der Schalter war jetzt beruhigt. Also, 6 zu 4. Der Minister hat alles... Entschuldigung, nichts passiert. Alles gut, Herr Minister? Aber es gibt keine Worte, ja. Er gibt alles. 7 zu 5. Er spielt aber 11. 1,0. Das war ja ein sensationeller Schlag. 8 zu 5. Sie sehen schon, es ist wirklich Tischmen jetzt auf allerhöchstem Niveau. Und es ist wirklich erschwerte Bedingungen. Es ist hier nämlich sauglatt auf gut Schwäbisch. 8 zu 5. 9 zu 5. Bin ich mal richtig dabei? So schnell, wie es geht. Also, 9 zu 5. Aufgabe, Minister Leib. Und 10 zu 5. Damit die ersten Satz und damit auch Matchbälle, weil wir gesagt haben, wir spielen nur einen Satz. Und da hat er gewonnen, der Hartmut Freund. Herzlichen Glückwunsch. 11 zu 5. Aber großen Applaus auf den Minister, der sich super geschlagen hat. Also, das ist ein Geräusch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.